Hi Leute! So, ich hab mir heute ausgedacht, dass ihr mal sehen sollt, also ihr sehen sollt, wie mein Bruder aussieht. Oder zumindestens, wie er spielt an so einer Xbox 360. Da hängt er den ganzen Tag dran. Und ich zeig euch mal, wie das aussieht. Nun kommt mal mit. Äh, das sind meine Hatsen. Vor allem war alle, ey. Nimm mir, die spawnen jetzt auf der anderen Seite. So sieht's aus. Jawohl, er sieht mich... Er zockt Karl auf Duty. Was zockst du Karl auf Duty? Er zockt Black Ops. Er zockt Karl auf Duty Black Ops. Für YouTube. Woher kommt er denn jetzt? Nichts für kleine Kinder. Nichts für kleine Kinder. Nichts für kleine Kinder. Ja, so, das ist mein Bruder, wie er an der Xbox zockt. Ja, wenn ihr wollt, kann ich euch jetzt noch mal meine Hasen zeigen. Die sind auch ganz süß, aber die zocken natürlich nicht Xbox. Da sind schon mal zwei, insgesamt habe ich fünf Hasen. Also so, das sind die zwei. Da ist noch eine. Da ist noch eine, da unten auch noch und der letzte ist hier. Ja, schreibt mal in die Kommentare, was ihr eigentlich für Haustiere habt. Ja, dann würde, das würde mich freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet. Und, ja, und ich sag mal bis bald. Tschüss. Tschüss.